Weiß jemand mehr? Ein MLS-Experte hat angekündigt, dass Lionel Messi in Kürze in die USA wechseln wird. Was ist passiert? Der Transfer von Lionel Messi in die MLS steht kurz bevor. Das behauptet zumindest Extorhüter Shep Messing, der heute als CV-Experte arbeitet. Demnach wird es nicht mehr lange dauern, bis die Verpflichtung des Stürmers von Paris Saint-Germain in der US-Profiliga bekannt gegeben wird. Was gesagt wurde, es wird passieren und es wird sehr bald passieren, sagte Messing in D.